Hier in 400 Kilometer Höhe fliegt die internationale Raumstation ISS. Mit an Bord? Nachwuchsastronaut Josias. Check. Seine heutige Mission? Ein Außeneinsatz. Der Klein-gegen-Großempfang ist gestört. Die Antenne wackelt. Josias muss raus und sie reparieren. Letzte Instruktionen. Josias, ESA-Bodenkontrolle. Kannst du mich hören? Josias hört. Check. Dann wäre es jetzt Zeit für den Druckabgleich. Check. Antenne. Check. Dann solltest du den Helm aufsetzen. Sobald Köln in Sicht kommt, musst du raus. Ah, da ist Köln. Das ist ja neben Gummersbach. Ich bin zu Hause. Ich muss weg. Hallo, ich bin Josias. Wenn ich mal nicht im All bin, spiele ich Fußball. Und das macht der Elfjährige am liebsten zu Hause im Garten. Also Josias ist auf jeden Fall sehr wissbegierig. Was er über die Jahre eigentlich immerhin fasziniert hat, waren halt Länder. Und ich glaube, der Traum vom Reisen und dann das zu planen, dann zu entdecken. Und dann hat er da ganze Präsentationen gemacht mit Routen von der Stadt zu der und was kann man da und hier entdecken. Immer mit dabei auf Entdeckungsreise seine Familie. Mama Anna arbeitet im Kindergarten. Papa Eduard, er ist Projektleiter für technische Dokumentation. Und der kleine Bruder Tobias. Josias Reich ist ganz oben. Hallo, das hier ist mein Zimmer. Kommt mal mit. Genau hier sind so meine Sachen, die mit Erdkunde zu tun haben. Hier ist meine allererste Weltkarte. Die ist leider schon sehr, sehr kaputt. Oh, die habe ich jetzt seit sieben Jahren. Diese Weltkarte lag dann immer in der Ecke bei uns im Wohnzimmer. Hat dann jeden Tag eigentlich rausgeholt. Auf dem Boden, auf der Couch, auf dem Tisch. Und die kam dann auch mit raus ans Fußballfeld. Und dann hat er geguckt, ein Land gegen das andere. Hat dann gespielt, er alleine dann. Von einem Tor ans andere geflitzt, er war dann beide Länder. Abwechselnd. Ein echter Kartenkenner mit einem geübten Blick auf die Welt. Also auch auf Hauptstädte. Hier übe ich immer. Ist gerade ein bisschen chaotisch hier. Hier, das hier zum Beispiel, das ist Hanoi, Vietnam. Das hier ist der Rote Fluss. Ich finde, das sieht ein bisschen aus wie so eine Peitsche. Also das Schwierigste sind, dass viele einfach sehr gleich aussehen. Wie zum Beispiel irgendwelche Inseln aus Ozeanien oder so. Bauteile des größten Satelliten der Raumstation ISS gibt es bei der ESA in Köln zu bestaunen. Vom Leiter der Astronautenausbildung, Dr. Rüdiger Seine, bekommt Josias eine Exklusivführung. Ja und hier haben wir das Privatquartier der Astronauten. Also so viel Raum haben die tatsächlich als eigenes Zimmer zur Verfügung. Und da siehst du, an der Wand hängt der Schlafsack. Es ist gar nicht so einfach, da reinzukommen. Ja, das ist hier auf der Erde natürlich viel schwieriger als im Weltraum. Wenn man erst mal schwebt und dann auf die Höhe der Ärmelöffnungen kommen kann, dann kommt man da auch viel leichter rein. Wofür sind denn hier die ganzen Klettverschlüsse an der Wand? Die Klettverschlüsse haben wir eigentlich überall auf der Raumstation, wo wir möchten, dass irgendwas nicht wegfliegt. Ja und dann haben wir direkt daneben noch die Astronautennahrung, die wir hier haben. Also da sieht man schon, es ist eine ganze Menge Auswahl. Es gibt Trockenfutter, das ist praktisch alles Wasser raus, damit es haltbar gemacht wird. Und dann gießt man da warmes Wasser rein, dann quillt das wieder auf und schmeckt dann eigentlich ziemlich gut. Fällt sich lecker an. Und Josias, wäre das Astronautenleben etwas für dich? Also Astronauten haben ja meistens Vorberufe, Physiker oder Chemiker oder so. Das ist halt so gar nicht mein Ding. Aber auf die ISS würde ich schon fliegen. Dann kann ich mir auch mal die Erde so von oben anschauen. In Zukunft ist bestimmt alles möglich. Bis dahin heißt es... Justin, wir haben ein Problem. Justin, wir haben ein Problem. Justin, wir haben gar kein Problem. Ich gewinne heute. Wollt ihr noch mehr so freshe Videos? Tja, egal ob Akrobatik oder Zungenbrecher, wir haben sie alle. Also, hier geht es weiter und denkt natürlich daran, abonniert den Kanal und denkt an die Glocke.